WTF? Wie ist das möglich? Hm. Ihr Katzenaffer. Jetzt wieder. Seth! Ich bin wach. Ich schlafe nicht. Ich... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wie fühlen Sie sich, Herr Bleskewitsch? Können Sie sich bewegen? Ja, Sie können es. Zeigen Sie es uns. Zeigen Sie es uns. Ich fühle mich stark. Erinnern Sie sich an Ihren Namen daran, was Sie in den letzten zwei Jahren getan haben? Aus der Regimsoldaten töten. Wenn du noch mal stirbst, William, dann erschlag ich dich. Komm. Ich hab was zum Anziehen. Schicken Sie ihn zu mir, wenn Sie fertig sind. Hast du das gesehen, Kätzchen? Hast du das? Hast du das? Riese! Herr Bleskewitsch! Wie sehe ich aus? Wie ein neuer Mann, mein Junge. Wie ein neuer Mann. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Also, das hier, das hat Shoshanna auch. Nein, 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 nein. Das verbindet Ihren Kopf mit dem Körper. Es war sehr, sehr wichtig, nicht daran rumzuspielen. Also, es kann vorkommen, dass Sie ein Kribbeln spüren. Keine Sorge, ist ganz normal. Aber sagen Sie Bescheid, wenn irgendetwas passiert, wenn zum Beispiel der Kopf den neuen Körper abstößt. Sowas in der Art. Max! 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 Max Die Donnerfäuste stabilisieren den Armgelenke, Ellbogen und Schültern, dass du mit ihnen Hindernisse von Begraben, Türen und Kisten oder erklärst du. Im Sprint aktivierst. Hand auf. Ganz genau so. Das haben wir schon gemacht. Nicht zu hoch. Würde ich sie durchrennen? Ja, wir können die Feinde durchrennen, aber naja. Wir teckeln die Gegner ab jetzt nur rum. Fantastisch. Oh, schade. Jetzt habe ich einen Wölfenstein 1, einen Wölfenstein Jino oder? Haben wir gerne gemacht, aber können wir bitte... Wär es lieb, wenn wir... ...neine Waffe nutzen. Hehehe. Dann noch Verrust. Wärfen Verbesserung. Und eine Karte. Also. Geht es diese Kraft weg, müssen wir... ...und eine Karte. Superladung. Zündungsbundung. Okay. Linksprokurse abschließen. Okay, wir können es nicht verändern. Fantastisch. Okay. Wir können mal da jetzt durch. Ah, nein. Lachen ein. Br achievement. Entfit. Entschuldigung. Jeffen. Unten. Unten. Bet cavalry. Und behalte einfach werden... ...genoster herein. Und er wurde dann wiederọorpioniert. Mit... ...n Servuren. Wolle. Carolina, danke. Nimm sie ihre Flügel zurück. Ich brauche sie nicht mehr. Warte, lass mal kurz. Okay, dadurch rennt man nicht. Opa, die Decke. Die Decke jetzt einfach alles zu Tode. Ist aber nicht sehr effektiv. Au. Da bin ich langsam unterwegs jetzt so. Okay, wie komme ich hier raus? Scheiße, Mann. Als ob das hier nicht klappt. So werde ich zukünftig einige hinausschalten. Junge, haben Sie schon mit Grace gesprochen? Ich glaube, Sie braucht Ihre Hilfe bei etwas... Ja, ich bin unterwegs. Ist das so? Ja, aber ich sollte... Verbeßt uns geht. Ok, das nächste... Das nächste Ding verbeßt. Steh mit dem Weg. Sehr schön. Ach, William. Und deine Mutter. Was war das in der Garage? In der Garage? Als du mich retten wolltest. Frau Engels Männer haben dich da attackiert. Es fielen Schüsse. Ach, das war nichts. Wir hatten halt ein paar Drücksauflagen. Genau das hat Superspatch gesagt. Hey. Du hast meine Frage nie beantwortet. Welche? Ist das real? Oder bin ich werbel? Nein. Mit dem ist das bestimmt nicht. Und wenn dann die Hölle. Hallo. Wenn die Hallo gesagt. Ah. Hi. Sie sind der Wahnsinn, Blazkowicz. Überleben alles, womit die ankommen. Tja, über dem... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach ja, der Max. Der Max-Haus. Gucken wir mal. Oh. Schade. Hey, hey. Er ist zurück. Wow, Mann. Der Weltraumfisch schwamm aus einem Fischglas. Sehen Sie gut aus, Blazkowicz. Richtig stark, weißt du? Stärker als wir zuvor, Mann. Schwib weiter, Weltraumfisch. Lass mich in Ruhe. Hey, 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 hey. Wyatt, Wyatt. Mach mir Angst, Mann. Tut mir leid, Mann. Ich hatte nur eben diese Vision. Was meinst du mit Vision? Vor unserem Haus lagen unzählige Leichen. Also kroch ich aus dem Fenster und auf sie rauf und grub mich unter sie. Hey, Captain Blazkowicz. Waren diese magischen Ratten. Sie quichten mir ein schrecklich wunderbares Geheimnis ins Ohr. Oh, ey. Das ist keine gute Vision. Dein Kopf ist echt im Arsch. Mir geht's gut, Bombarte. Geht's schon, ich? Ich bin nur etwas fertig von diesem ständigen... Oh, ey. Nein, mach eine Pause. Ruh dich aus. Mir geht's gut. Es ist nur... Geh jetzt schlafen. Sofort. Okay. Ja, das ist eine gute Idee. Wann dann geht's ja. Oh, Super Smash. Stimmt ja. Super Smash von mir. Hey. Schön, Sie zu sehen, Grace. Scheiße. Blazkowicz, Sie sind ein echt harter Brocken. Wissen Sie das? Was ist das? Species Müllers Roswell. Er hat alles aus der Bodenkontrolle mitgenommen und hier hingeknallt. Hat das Zeug nie ausgepackt. Er war ein guter Mann. War abzusehen. Aber ich konnte nichts tun. Was hat er gesagt? Wann? Was waren seine letzten Worte? Sagen Sie es mir. Er sagte... Das war ein außerirdischer Mann. Ha! Vollidiot. Reset. Oh, Junge, wie läuft's bei Ihnen? Hallo, Grace. Ja, das ist Ihnen. Was ist das? Wo? Wo haben Sie es hier? Specie hatte es aus Roswell. Und Simon hat sich bei der Absturzstelle gefunden. Sieht aus wie... Das kann nicht sein. Aber das... Das... Oh. Oh Gott. Oh Gott, das ist... Entschuldigung. Tut mir leid. Tut mir leid. Grace. Vielleicht fängt es an, Grace. Ein Frontalangriff. Sie sollen die Maschinen heiß laufen lassen. Volle Kraft voraus, Schwester. Ja, Mann. Wird gemacht. Wir sind unterwegs zur New Orleans Zone. Kommen Sie, Blazkowicz, setzen Sie sich. In der Zone gab es eine der letzten Widerstandsgruppen Amerikas, angeführt von einem Mann namens Horten. Nach dem Krieg baute das Regime Mauern um die Stadt. Und dann trieben sie alle unerwünschten Personen zusammen und brachten sie dorthin. Horten und seine Kameraden schrecken da fest und harren unter den schlimmsten vorstellbaren Bedingungen aus. Aber seit den jüngsten Vorfällen hat das Regime den Druck erhöht. Todesschwalter und stürmen die Städte und bringen die Leute um. Gott, verdammt. Sie töten alle in der Stadt, bis keiner mehr übrig ist. Wir müssen was tun. Dann los. Also ist Ihr neuer Körper denn bereit für die Schlacht? Bereiter als je zuvor. Ich fühle mich unaufhaltsam, wie ein verdammter Güterzug. Sie sind ein scheiß Güterzug. Also bevor wir in New Orleans ankommen, müssen Sie noch einen Abstecher nach Manhattan machen. Lesen Sie die Einsatzbeschreibung. Aktivieren Sie die Kriegskarte und laden Sie die Infos für Manhattan. Verstanden. Oh, und Blazkowitsch, ein gutes hat dieser ganze Mist gebracht. Ja, was denn? Ihre Hinrichtung ist überall in den Nachrichten. Das Regime glaubt sie seien Tod. Vielleicht können wir es ne Weile so behalten. Vielleicht können wir den Überraschungseffekt nutzen. Wir haben schon viel geschafft, Fischmann. Die Leute wachen langsam auf. Vielleicht haben wir den Überraschungseffekt. Das umfasst viele mathematische Gleichungen. Also... Sieggruns Tagebuch. Ähm, na gut, ähm... Okay, ich respektiere Ihre Privatsphäre und leser es nicht. Ich bin ja nicht vor Engel. Sieht blau aus. Sieht gut aus, Blazkowitsch. Stehst wieder aufrecht. Ich glaube, wo sollen wir nichts hin? Wir brauchen Infos und für die Karte irgendwas. Die bauen Infos und für die Karte irgendwas. Blazkowitsch, schauen Sie auf die Kriegskarte. Lesen Sie die Einsatzbeschreibung für Manhattan. Kriegskarte. Ich kann nicht drauf gucken. Ah, okay. Hier ist die Hammerfraust. Manhattan. Kuss, was klingt für Manhattan. Weil sie Einsatzberichtung und so, ähm... Ich habe jetzt nicht gelesen. Scheiß drauf. Haha. Sieht gut aus. Schnell, Blazkowitsch. Die Strahlung da unten ist hoch. Betritt den Atombunker. Okay. Hey. Und wir müssen uns mal beeilen. Wir sind halt im Therapie ab. Ach du Scheiße. Das macht es nicht besser, als wir hier auf Giener treffen. Nein. Und wir mochten die Falsche. Und wir mochten die Falsche. Sieht, nun ja, umbringend. Jaaa. Auf ihm der Turnbogen. Auf ihm der Drucker. Verdammt. Auf ihm der anderen. Auf ihm der Drucker. Auf ihm der Druck. Ich glaube schon geschwächt. Ich bin der Drucker der Stärkung. Dann nur die Scheiße noch. Hier ist die Luft rein Ja, Heilung, wo ich trinke jetzt Wir hätten da aus, meine Fresse Es ist halt blöd, wenn die Gesundheit schon allein vom Wo der Umwelt her abnimmt Wo finde ich denn den Bunker? Wo muss ich denn da hin? Ok Denk ich hier irgendwie Komm ich hier irgendwie hoch Das wäre denkbar Aber wie? Ach so, da müssen wir erstmal hoch Oder wie? Warum ist ein Eingang? Wie kommen wir da hin? Ok, das ist viel zu klein um da durch zu kommen Wie soll das klappen? Keine Hinweise von dem Spiel wäre auch nicht verkehrt Jetzt gibt es immer Anzeigen, die sagen, wo ich lang muss Im Zimmer war Hm Ist das irgendwo über die Ecke? Wir haben keine Heilung mehr Ich gehe gleich zugrunde Ich habe kein Plan, wie Gut da reinkommen sollen Lauf Ja Ja Aber Wie Okay Jetzt kommen wir sind wir hier Jetzt kommen wir auch nicht weiter Und wir hier oben Ach ich bin doch blöd Der Lauf Der Lauf Das war auch ein richtiger Anweis Stimmt ich kann ja Das Regime hat die gestorbenen Daten in der Kommandozentrale Der Donnerfaust kann da durch Ich bin bescheuert Ok Okay Jetzt kann ich nicht durch Ach Rückabtreten Jetzt hat man ja nur die Fähigkeit vergessen Ein bisschen Heilung nehme ich auch gern Damit er reicht Ok Irgendwann gibt es hier noch ein Aufladegerät Merkst Mit Kater Das ich bisher noch nie gebraucht habe Das ist ein bisschen auffällig ruhig hier Es ist ein bisschen auffällig ruhig hier Ach scheiße Das ist natürlich blöd Das haben wir Alarm gemacht Nachladen Nachladen Ich weiß aber noch nicht wo ich hin soll Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Wo ist der Kommandant? Okay Kaputt gerannt Ich hilft die Donnerfaust mal was Wo ist denn der blöde Kommandant? Hier nicht Hier ist schon der Nächster Ich bin hier einfach durchgerannt Ich nehme dich einmal hier Damit er reicht Lass den Kommandanten finden Müssten langsam sehen Müsst du viel dazu Den Kommandanten ausschalten Ich hau dich um Okay Wo ist denn der Kommandant? Irgendwo hier Wir müssen da runter Und dann umgelegt jetzt Okay Da brauch ich mal eben dich hier Flammen werfen wir jetzt Wo müssen wir überhaupt hin? Hier müssen wir hin Hier müssen wir hin nach dem Mit dem Hier werden wir nicht Halt Wunsch Hier Untertitelung des ZDF, 2020